Ja hallöschön, hier bin ich Mr.EscapeGamer, zurück in The Legend of Zelda Ocarina of Time und ich hab mich mal ein kleines bisschen informiert und weiß jetzt ungefähr hoffe ich doch noch, dass ich das nur weiß, wie wir hier weiterkommen und das war, Moment ja genau, verreckt direkt mal ähm, wir müssen im Ausrüstungsmenü die, äh, das, das komische Ding an der, wo haben wir es? hier die Feen Ocarina legen wir das mal hier rauf und die Dekonüste müssen dann ich hier so und jetzt müssen wir auf diesem komischen Teil hier äh, Ocarina spielen und ich weiß nicht mehr, wie das geht, also Fail Spiele mit A und C, drücke B, um zu benden also mit B kann ich benden, alles klar über was ist verdammt nochmal dieses C ach so, ja, jetzt check es glaube ich Moment ja, ja, genau so, jetzt können wir nämlich hier schon rein und kommen zu dem komischen Typen hier was, wer bist du? als ich das Lied der Königsfamilie hörte dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen stattdessen sehe ich ein Kind hat Darunia, der Führer der Gronen es wirklich verdient, so behandelt zu werden? ich kann es nicht glauben geh zurück ins Schloss und sag dem König er solle mir einen richtigen Mann schicken du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? dämonische Kreaturen sind in Dodogons Höhle eingedrungen die Donnerblumenernte war schlecht und zudem leidet mein Volk Hunger doch wie dem auch sei dies ist Sache der Gronen wir sind zu stolz um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen und guck mal, hier ist wieder der Boden das lässt mich zum Entschluss kommen dass wir wieder mal spielen müssen so so, was ist los hier? he da rastet er aus, der Gute richtig korrekt mhm, ganz gut aber nicht genau das, was ich hören wollte ich mag Melodien wie soll ich sagen von außerhalb etwas Natürliches Grünes aus dem Wald das ist meine Art von Musik also denke ich mal schließe ich daraus dass wir eine neue Melodie lernen müssen erst dann sammeln wir ein bisschen Rubinen und dann gab es hier noch irgendeine Sache man musste ja, wir mussten noch was anzünden hier ne das werden wir jetzt auch mal machen und ich glaube in der Höhle von dem von dem Typen hier gab es Feuer jo da lege ich richtig mit steht hier irgendwo ganz nah ein Feuerteil ich verliere jetzt so viel Zeit ich muss ganz schnell damit rüber rennen scheiß Kamera so Feuer Feuer wir müssen achten dass wir dass wir die Stöcke behalten wo gab es hier noch was ich glaube einmal konnten wir auch noch mal was versuchen oh mein Gott das war ein Filter sogar sind wir gefährlich ja sieht so aus was ist das ein Laden einen Gronenladen willkommen wähle aus indem du den Steuerknüppeldinger nach links oder rechts überlegst ist mir klar Bomben fünf Stück naja brauchen wir aber noch nichts von oder für Herzen gebe ich doch kein Geld aus die finde ich eh hier irgendwo wo das Elixier brauchen wir nichts Schuss da ist das Feuer weg und scheiß Mann müssen wir das nochmal machen die Musik geht mir langsam auf den Sack aber egal so hier anzünden und hier da hinten schaffen wir auch noch machen sie denn jetzt einen Drehtanz oder was was soll es hier werden ne Link jetzt hier verarschen oder was so jetzt müssen wir hier hochrennen nein bin der dümmste Mensch der Welt jetzt hab ich verkackt ich dachte wir hätten das schon angezündet aber egal neues Feuer holen so langsam kann ich die Steuerung auch mal obwohl ich heute wieder mal ein bisschen fällt drauf bin weil ich gestern so lange noch Death Note zu Ende geguckt hab ist wirklich ein richtig geiler Anime und das war wirklich der erste Film beziehungsweise Anime bei dem ich mir nicht sicher war ob es am Ende ein Happy End oder ein böses Ende gibt weil bei den meisten Filmen oder Serien kann man das ja schon man sieht das ob der Held dann gewinnt oder nicht man kann das einfach erahnen und da war ich mir wirklich sicher und am Ende ist meine Meinung immer so hin und her geschwankt ob wer das Ende kennt wer da jetzt gewinnt wer wen da platt macht und dazwischen wo ich mal nicht geguckt hab ich hab ja immer keine Ahnung 10 Teile am Stück geguckt hab ich wirklich auch darüber nachgedacht was als nächstes geschehen wird also Death Note kann ich euch nur empfehlen im Anime auf jeden Fall richtig gut ich vermute hört euch mal die Musik an der ist Lowest Woods das kenn ich nämlich da kann ich auch bei Gitarra spielen nein nicht die ich hasse die willkommen ich habe dich erwartet schön dich wiederzusehen Alex hör mir gut zu hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heiligen Lichtungen finden ne nur heilige Lichtungen singular dies ist ein Ort den bisher nur wenige Leute betreten haben still ich höre etwas ich höre eine fremde Melodie kannst du sie auch hören? muss ich mich noch einmal wiederholen? nein beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen ja gut ja ich höre die Kopf hierher ne hier lang ja hier lang jetzt hier lang ich habe ein bisschen das Gefühl dass ich im Kreis laufe ach Waldlichtung da sollten wir ja hin oder? kann das sein? oh WTF 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 was ist los? Eskalation Alter was hat er für ein Viech? Alter der schützt sich der Idiot guck mal WTF Mann was geht mit dem Jungen ab ey was hat der denn eingeschmissen ne ich bin ihm wieder dazu genötigt mal einen schönen Dekostab auf den zu blocken ist er down? so endlich das hat natürlich so viele Dekostäbe da ver 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 geuden das hört sich schon mal schlecht an das hört sich gar nicht gut an äh hä 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 äh wie benutze ich mein Schild so oder hä ich check es nicht wir brauchen ein scheiß Herz man wir sind gleich down oh man oh man oh wenn's da das F5 saven ist bei dem Emulator ich will's aber nicht ausprobieren wenn ich laden drücke sind wir noch mehr kaputt gemacht warte ich versuch mal ich glaub ich nehm mal das alte Schild weil ich komm mit dem jetzt irgendwie richtig ich komm nicht drauf klar nein ähm nein boah ich bin zu dumm zum Schild wechseln so ja so ja so nein da wasser fucker Mist boah ja ja sicher mal okay Leute ähm ich bin leider gestorben aber ich weiß jetzt Bescheid wie es weitergeht als Schild ist irgendwie besser also bis zur nächsten Folge da werden wir dann mal ein bisschen äh weitermachen und so ja bis dann und äh Schluss ne